Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Frastanzer TV. Oliver und ich begrüßen euch heute beim großen Jubiläums-Bockbierfest. Du Mario, stimmt das wirklich, dass heuer ein 111-Jahr-Jubiläum ist? Ja genau, das stimmt. 111-Bierzahl heißt das und die Brauerei feiert das mit einem besonderen Gewinnspiel. Wir verlosen am Sonntag nämlich ein rotes Golf Cabrio. Was für ein Cabrio? Das Cabrio. Das Auto, Oli. Wir haben uns noch etwas ganz Tolles überlegt. Und zwar schnapp ich mir jetzt die Kamera und ein Mikro und frage mal unsere Mitarbeiter, was sie so der Brauerei wünschen. So liebe Dizide, was wünschst du der Brauerei zum Geburtstag? Alles Gute, viel Erfolg und ein tolles Bockbierfest 2013. Ich, was ich der Brauerei wünsche, dass sie so weitermachen wie wir es jetzt, dass es weiter rauf geht. Ich wünsche, dass wir weiterhin so viel Spass haben mit unseren Kunden und mit unserem Bier, mit unserem Team. Dann geht es uns allen gut. Ja nur das Beste und dass es weiter so kräftig läuft, unser Geschäft. Ja. Und die Leute trinken mehr. Was wünschst du der Brauerei zum Geburtstag? Das Allerbeste, noch mindestens 111 Jahre. Ja, dass es erfolgreich läuft. Erstens mal alles Gute und mindestens nochmal 111 fette Jahre. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Noch einmal 111. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Viel Bier trinken auf dem Bockbierfest. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Alles Gute und viel Erfolg im Nächsten, ja. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Ja natürlich, dass sie so weitermachen, so wie es bis jetzt so gegangen ist. Viel Erfolg natürlich. Ja, dass es so weiter läuft, ne? Ja, auf jeden Fall mit dem Klenner und mit dem Radler. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Ja, alles Gute, dass es ein gutes Fest wird. Viel Glück und dass es nächstes Jahr das gleich gute Jahr gibt wie höher oder besser. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Noch einmal 100 Jahre. Und noch einmal 11 dazu. Und noch einmal 100 Jahre. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Nur das Beste. Und ja, Bockbier, Toi Toi. Fast, danke. Servus. Was wünschst du der Brauerei zum Geburtstag? Zum Geburtstag, ganz viele tolle drei Schwestern in der Zukunft da und ja, dass das Bier auf dem Bockfeefest nie ausgeht. Was wünschst du der Brauerei zum Geburtstag? Ja, dass sie weiterhin gute Umsätze macht und dass unsere Kunden weiterhin zufrieden sind mit uns. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Ja, dass es halt so weitergeht wie bis jetzt und dass es aufwärts geht. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Alles Gute. Was wünschst du der Brauerei zum 111? Ja, viel Erfolg noch und so weitermachen, oder? Ja, dass es so weitergeht bergauf. Man kann umsetzen da und mal richtig gutes Geschäftchen. Echt tolle Antwort auf unsere Mitarbeiter, aber eigentlich fehlt nur noch jemand, und zwar du. Was wünschst du denn eigentlich der Brauerei zum 111-jährigen Jubiläum? Ja, stellvertretend für alle, die wir leider nicht vor die Kamera bekommen haben, an die Brauerei alles Gute. Und ich persönlich wünsche der Brauerei weiterhin tolle Kunden, tolle Mitarbeiter, das beste Bier, tolle Genossenschaften. Hey Mario, langsam, du sprengst den Rahmen. Ich würde sagen, wir sehen jetzt nur noch eins, und zwar Prost und viel Spaß beim Feiern.